Jo Bratans, was geht ab? Ich hoffe euch allen geht es gut. Wie ihr seht, haben wir schon ein bisschen Kohle drauf. Deshalb wird hier jetzt versucht auf 4 Euro die Freispiele zu holen. Nicht vergessen, gebt dem Video hier einen Daumen hoch, abonniert den Kanal auch, falls euch die Videos gefallen und kommt sonntags in den Livestream, jeden Sonntag um 20 Uhr. Na nehmen wir mal das Gatepit. Ja, die Gewinne sind ja ok, aber ich brauche jetzt langsam Freispiele. Hm, das sieht gerade nicht so gut aus, mal gucken. Ich sag's noch, perfekt. Besseres Timing geht gar nicht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, der erste, der ist im vierten Freispiele, spät. Ah, viel zu spät. Viel, viel, viel zu spät. Na ok, gut, ein geiles Bild und dann kann man die Freispiele nochmal entschädigen, aber es sieht nicht gut aus. Immerhin gibt's ein paar Gewinne, bei Eye of Auras kriegt man ja auch sehr häufig einfach nur Feature Bandit. Das ist sowieso das Hinterletzte. Scheiße, ein Hund runter. Das wären 160 Euro. Komm schon. Nix. 32 Euro, vier Euro, also so schnell wie es geht raus aus diesem Spiel. Ja. Probieren wir mal alles spitze. Alles spitze. Das ist, was wir sagen. Also, jetzt sind wir auf den 15-4-3-4-4-4-5-5-5-7-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Und jetzt kommt es an der 15-4-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-5-5-5-5-5-5-5-6-5-5. Ok war im Kleeblatt schon mal oben, da war ja klar. Ok. Ok in das Spiel ist es nicht, ganz ganz blöde Wahl mit alles Spitze. Triple Flame hatte ich schon letztens erst gespielt, wo gehen wir dann mal hin? Gold Cup, Gold Cup geht immer, speziell wegen der geilen Scooter Musik. Okay. 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 Das ist immer das schlimmste, wenn man so einen Pokal hat und dann macht der gar nichts. Häufig hat man ja auch zwei Pokale und der macht nichts. Gibt es auch manchmal. Oh, das wäre es gewesen, schade. Man denkt immer, zweimal Karte treffen ist doch relativ einfach. Ne, die Leiter will nicht. Okay. 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 Einmal schwarz, also muss jetzt eigentlich nochmal schwarz kommen. Nochmal schwarz. Nochmal schwarz. Wenn der hier gleich bis 150 nichts Gutes gibt, dann wechsle ich nochmal zum Blazing Star. Letzte Chance. Letzte Drehung. Ne, trotz guter Musik. Nix. Gehen wir mal Blazing Star. Das Spiel hat mir schon das ein oder andere Mal den Arsch gerettet. Gehen wir mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mit der Karte, das wird ja auch heute nichts. Untertitelung. BR 2018 Hey, was ist denn da? Untertitelung. BR 2018 Nee, läuft gar nichts. Untertitelung. BR 2018 Komm schon, ein geiler Gewinn wenigstens noch. Falls nicht, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video hier einen Daumen hoch. Nicht vergessen, den Kanal abonnieren. Kleiner Kommentar wäre auch korrekt. Immer wichtig, ein bisschen Support schadet nicht. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein, Brat Hans. Ciao. Ah, wobei? Harter Leiterkampf. Ich dachte, vielleicht geht er noch bis auf die 140. Leider nicht. Ich wollte gerade sagen, gibt irgendeinen Gewinn noch, aber das ist ein bisschen wenig. Nee, vielleicht auf einen Euro. Nee, das war's. Bis zum nächsten Mal, Brat Hans. Ciao. Bis zum nächsten Mal.